Moin meine aktiven Freunde. Ich habe hier noch etwas Neues ausprobiert. Mon Bazoo. Das ist ganz günstig bei Steam. Schauen wir mal rein. Da sehen Sie irgendwie my summer car. Aha so. Jetzt erstmal. Wir haben Mutz an. Wir haben Mutz an. Wie kriegen wir das Fenster irgendwie. So. 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 Ich musste selber noch nicht hier rein kommen. So. So. Okay, jetzt kann ich hier den Baum verinnern. Okay, jetzt gehen wir weg. Ich habe eigentlich auch einen Rucksack, aber ich weiß nicht, wie der funktioniert hier. Ich muss ja erstmal hier reinkommen mit dem Satz. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Schick. Weg. Ich will ja den Schalter. Ich will ja den Schalter. Ich will ja doch nur den Schalter. Da. Das haben wir nie unten. Was ist das denn? Was ist das denn zum Feuermachen? Na gut. Jetzt erstmal rein. Das habe ich bei anderen Youtubeern gesehen schon. Jetzt müssen wir hier einmal essen. Und einmal trinken. Ich kann... Ich kann rein. Ich kann jetzt die ganze... Fummel rein. Ja. Ja. Jetzt schön Holz auch. Dann verkaufen wir das hier. Das habe ich auch schon gesehen. Dass das hier erstmal geht. Dann fahren wir den Stöpfel und den Spritknisser auf. Ja. 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 Das ist das, was wir sehen. Sonntag Nicht im Spiel Wollte mich das aufnehmen hier Da kommt noch eine volle Bausimulator Gut Dann fangen wir mal dahin Wo ich hin soll Dann fangen wir mal drüben Boah, ich bin doch da ran So Erstige Wollte es sonst Nicht zum Spiechen, sehr krass. Ich muss auch alles nehmen können. Ich fahre mal den Platz an. Was siehts aus, denn da muss man halt so einen Trick. Ja. Gut. So, die Stadt lassen wir mal hier hinzweck. Ja. So. 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 hey Bratwotor, ein titanisches Dessert Turmstrimmlängenkrieger Scheißknäufe Doppelbeleuchtung Felgen Motor Auspuff, was ist immer wichtig Fahrwerke ... Putain ... 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 Oh ja... Juhl... Kommt man hier hoch rein? Kommt man hier hoch rein? Das ist sogar die Riebelbühne. Das ist ja so mit ihm, oder? 3... Ja, so, ich bin so mit der Bucinio. Jetzt klaue ich den mal hier. So... Fahren wir halt mal weiter rein. Ich hab das bei Youtube gesehen. Irgendwo konnte man hier Fässer ausladen. Und die brauchen wir dann für später, um Geld zu verdienen. Um diese Waren sie, um da herzustellen. Hier... stimmt. Stimmt's? Ja... stimmt's? Ja... Plastik-Tank... Okay, ich muss anscheinend erst kaufen die Fässer aus. 200... boah... Okay, dann werden wir halt... Erstes Mal... mit Holz in der Gate verdienen. Gut... Okay... ... 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 Aber bei dem war natürlich nicht schlimm's, automatisch, ja, hier haben wir wieder einiges, aber halb so wild. So, ich hab den Schinken da schon mit seinem Schrauben. Oh ne, das sieht aus wie die Radkölzen. So, da müssen wir wohl... Irgendwas, dass sie drückt, halt nicht. So, ich hab den Schrauben hier drin. Vielen Dank. Ja. Ansaugen rein. Kann ich die jetzt wirklich? Ja. Ah. Blöd. Da hin. Da hin. Jetzt auch mal Ansaugung. Jetzt machen wir mal den 12. Aha. Schick. Schick. Plattenblatt. Na klar. Was soll das so sein? Ja. 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 Einfach nur Luftpumpen. Na mal das schon fertig. Schön. Springt hier oben an. Kein Airbag. Schön. Gut. Sehr schön. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Was ist das denn hier? Warte. Ah ok, der holt dann so gut. So gut, gut. Ich brauche nicht. Jetzt ist es vielleicht. Dann muss man mal 22.09. Dann muss man mal 23.09. das hin ah und ich würde sagen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal